Herzlich Willkommen zu die Filmanalyse, heute mit Apocalypse Now von Francis Ford Coppola. Auch wenn es nicht sonderlich originell klingt, darf man ruhig noch einmal festhalten, dass Apocalypse Now ein absolutes Meisterwerk ist, das wir stets neu befragen können. Der Film, angelehnt an Joseph Conrads Heart of Darkness, spielt im Vietnamkrieg. Käpt'n Willard soll Colonel Kurtz töten, der den Verstand verloren haben soll und im Niemandsland wie Gott und Teufel zugleich einen Volksstamm regiert. Die Flussfahrt zu Kurtz wird für Willard und seine Männer eine Reise in die eigenen Herzen der Finsternis. Es ist eine Reise durch die Zeit, die in der Gegenwart beginnt, dann mit einem Zwischenstopp im 19. Jahrhundert weitergeht, nämlich wenn sie bei den französischen Kolonialherren sind, die wirklich dort ein historisches Panorama auftun, das man ganz klar im 19. Jahrhundert verorten kann, wenngleich diese auch den geschichtlichen Überblick haben. Also wir befinden uns dort im alten Europa und wir gehen dann von dort fort in eine mythische Zeit, in die Zeit von Kurtz. Der Film ist so destruktiv, weil er sich eigentlich von jeder Teleologie verabschiedet, trotz seiner Linearität in der Narration. Apocalypse Now spielt zwar im Vietnamkrieg, doch er handelt nur nebenbei davon. Das Herz der Finsternis ist nicht der Vietnam, sondern die eigene westliche Kultur und das zivilisatorische Projekt, das grandios scheitert. Dieses Scheitern produziert eine Ästhetik des Schreckens, von der der Film dann profitiert. Es geht um den Untergang der amerikanischen Zivilisation. Und das wird auf zwei Weisen geschildert. Also wir haben erstmal zwei Erzähler sozusagen, einmal Willard, der seine Sicht erzählt und dann haben wir aber auch noch die Erzählweise von Kurtz. Insofern, dass Willard ja immer diese Protokolle, die Dokumente, die er von Kurtz bekommen hat, über Kurtz bekommen hat, dass er die immer uns sozusagen auch zuspielt. Wir haben also zwei Erzähler und zwei Wege zweigen sich sozusagen da auch ab. Nämlich der eine Weg ist, dass das zivilisatorische Projekt sich selbst als ein barbarisches entpuppt. Das sieht man in der Helikopterszene. Aber auch, wenn Willard eine unschuldige Frau erschießt und andere Grausamkeiten verübt. Und der andere Weg, das ist eben der Fluss, der in der archaischen Gewalt von Kurtz mündet. Nicht Vietnam bombardieren die Amerikaner in die Steinzeit zurück, sondern eigentlich sich selbst. Das Differenzdenken, also das Denken entgegensetzen, ist ja heute eher unbeliebt. Das Denken in wir und die anderen. Aber eben diese Differenz löst sich langsam auf der Flussfahrt auf. Vor allem Willard und Lenz verwischen diese Grenzen. Das ist eigentlich ein postkolonialer Diskurs. Den kolonialistischen Diskurs, den finden wir noch bei den französischen Kolonialherren. Sie verkörpern die alte Denkweise und das alte Europa, inklusive aller Rassismen. Doch die postkoloniale Grenzverschiebung, die danach bei Willard und den anderen eintritt und die bei Kurtz vollständig gelingt, kann eben, das zeigt uns dieser Film, noch viel gefährlicher sein. Wir reden heute gerne positiv von hybriden Identitäten. Es gibt einen regelrechten Hype um die Figur des Dritten. Doch ist Kurtz nicht genau eine solche Figur des Dritten? Wir beobachten die Auflösung der Ordnungen, Gegensätze und Grenzen und gerade dadurch kommt das Böse zum Vorschein, das ahistorisch ist. Wäre Kurtz nicht so ungeheuer brutal, wäre er vermutlich der Held der Postcolonial Studies. Lange Zeit sehen wir im Film die Körper von weißen und schwarzen Amerikanern. Nach und nach werden die Schwarzen getötet, jetzt sind nur noch Weiße übrig. Doch sie sind bald nicht mehr weiß. Diese Whiteness erlebt man zuletzt bei den französischen Kolonialherren, die noch dazu alle in Leinenanzügen gekleidet sind, in schönen Kleidern und so weiter. Doch alsbald beginnt sich Lance zu bemalen. Bei Kurtz und seinem indigenen Volk angekommen, löst sich das Weiße dann vollkommen auf. Der exzessive Einsatz von Licht und Schatten zeigt gerade bei Kurtz und Willard nicht nur, wie sie eigentlich Brüder im Geiste werden, sondern wie brüchig auch deren Identität ist. Kurtz wird sein Gesicht bemalen wie zuvor Lance und auch Willard wird mit bemaltem Gesicht von Dannen ziehen. Willard sieht dann nicht nur aus wie Kurtz und wird schon als dessen Nachfolger verehrt. Sheen spielt dann auch ebenso, wie es Marlon Brando tut. Wir haben es also hier mit hybriden Identitäten zu tun, doch wird das keineswegs gefeiert von dem Film, wie das heute Kulturwissenschaftler gerne tun. Gezeigt wird das Böse, das durch jegliche Grenzverwischung freigesetzt werden kann. Zum Abschluss arbeitet der Film mit Überblendungen. Rechts die Kultstätte, links das Boot und der Helikopter und wir sehen Willard, der sich in Kurtz verwandelt hat. Wir sehen die grausame Indifferenz der letzten drei Stunden in einem einzigen Bild. Der Film handelt auch von dem Ende eines christlichen Weltbildes mit seiner Ethik und seiner Mission. Es ist die Rückkehr des Heidnischsten. Wir sehen einen archaischen Opferkult in dreifacher Hinsicht. Willard opfert Kurtz und in Parallelmontage sehen wir die Opferung eines Ochsen durch diesen Volksstamm. Und Vietnam wird geopfert, um die westliche Zivilisation zu konstituieren. Kurtz mag den Verstand verloren haben, doch im Westen ist die Vernunft in Unvernunft umgeschlagen. René Girard hat ja in seiner Opfertheorie immer wieder gezeigt, wie Gemeinschaften dieses Opfer brauchen, um sich dann selbst herzustellen und sich selbst konstituieren zu können. Kurtz ist damit auch der finstere Bruder von Lawrence von Arabien, der seine europäische Identität auflöst und schließt sich auf die Frage, wer seid ihr, keine Antwort mehr geben kann. Die elegant schillernde Hybridität des Lawrence finden wir bei Kurtz nicht mehr. Kurtz hat sich in einen undefinierbaren, idiosynkratischen Mythos verstrickt, der nur durch Destruktion regiert. Destruktion der anderen und am Ende auch des eigenen Ichs. Kurtz ist jener blinde Fleck, der die Gewalt selbst ist, deren Netzbegründung dunkel bleibt und gerade wohl deshalb ist die Gewalt, das Böse, so faszinierend. Doch auch bei hellem Lichte kann die Gewalt ganz brutal sein. Auch das sehen wir in Apokalypse Now, wenn Leutnant Colonel Kilgore auftritt, der Lance und andere Soldaten zum Surfen zwingen will, der den Sunnyboy mimt und zugleich bestialisch tötet, ist er nur ein anderer, ein sonniger Kurtz. Und auch die Langfassung ändert daran nichts, dass er dann ein verletztes Kind annimmt und es ins Lazarett fliegen lassen lässt. Das macht eigentlich nur den Widerspruch noch etwas größer. Ist es bei Kurtz der heidnische, scheinbar indigene Naturkult, der seine Gewalt legitimiert, ist es bei Kilgore die Surferkultur und der damit verbundene Tourismus, der ihn antreibt. Auf grausame Weise verwandelt man die ganze Welt so in einen Reisekatalog und nennt das Ganze Zivilisation. Überhaupt zeigt sich hier Coppolas ganze Hellsichtigkeit. Und man darf verwundert darüber sein, dass den Film eigentlich jeder kennt und er dennoch so wenig wohl den Blick verändert hat von uns allen. Denn noch immer sagt man, naja, die Surferkultur, Rock'n'Roll von den Doors und Rolling Stones, die Comic-Kultur und die psychedelischen Drogen, das ist doch alles etwas Subversives. Auch heute hat man noch diese Auffassung. Dabei beweist der Film ja gerade das Gegenteil. Gerade die Gegenkultur eignet sich perfekt, um den Krieg zu einem richtigen Erlebnis zu machen. I can't get no satisfaction. Ist das nicht auch Kurtz' Motto? Und dieser Anti-Rationalismus, der im Drogenkonsum liegt, sind wir da nicht auch sehr schnell schon bei Kurtz? Lenz meint, dies ist das viel bessere Disneyland. Und auch Willard und Kurtz finden ganz alternativ zu sich selbst, ähnlich den Hippies und allen anderen Aussteigern. Die Hochkultur, die vertreten wird durch Wagners Walkürenritt in der berühmten Helikopterszene, orchestrierte ja schon lange die Kriege. Doch wird sich hier nur noch ironisch eingesetzt. Denn an einem Valhalla, zu dem die Walküren die Helden bringen, glaubt ja keiner mehr. Doch in dieser Szene wird eines sehr deutlich, was für den ganzen Film gilt. Der Regisseur Coppola erweist sich als genialer Dirigent mit Werbe, Gespür für Dynamik, Schnitt und Affekte. Mögen die Dreharbeiten noch so katastrophal gewesen sein und selbst eigentlich psychedelisch angemutet haben. Coppola löst sich, anders als seine Figuren, nicht auf. Er verliert nicht die Orientierung. Von der ersten bis zur letzten Szene behält er souverän die Übersicht. Jedes Bild stimmt. Die formale und inhaltliche Strenge ist beeindruckend. Ist Coppola also wie Kurz? Ja, vielleicht, was die Radikalität anbelangt, aber nicht, was das Versponnene anbelangt. Mögen alle Figuren ihre Souveränität verlieren, wie der Vietnamkrieg selbst katastrophal aus dem Ruder lief. Der Künstler Coppola ist der Souverän, der im Ausnahmezustand eine poetisch-philosophische Ordnung herstellt. Apokalypse Now ist kein psychedelischer Film. Es ist ein Film über das Rauschhafte und es ist ein Film über die mediale Repräsentation des Krieges. Schon der französische Theoretiker Proverio hat Krieg und Kino zusammengedacht. Kameraobjektiv und das Zielrohr fokussieren gleichermaßen. Man schießt ein Foto oder man erschießt einen Menschen. Der Helikopterszene imitiert die Kamera bisweilen das Zielen. Auch sonst sind die Medien präsent. Selbst das Böse, also Kürz, wird zunächst medial vermittelt durch eine Tonbandaufnahme seiner Stimme, die einen in den Bann zieht. Coppola selbst hat einen Cameo-Auftritt als Kriegsberichterstatter, ist er zu sehen, die den militärischen Einsatz filmen. Der Krieg erscheint als mediales Spektakel, doch gerade durch die Anwesenheit der Kamera wird er noch intensiver erfahren. Die Präsenz der Kamera bezeugt nicht nur, sie intensiviert zudem. Der Spruch, den man ja so gerne sagt, es war wie im Film, wenn man irgendetwas Unglaubliches gesehen hat, eine Naturkatastrophe oder einen tollen Sonnenuntergang, muss man doch fragen, was bedeutet das? Hier wird also die Wirklichkeit fiktional. Die Fiktion ist die übersteigerte Wirklichkeit. Warum fotografieren Leute schreckliche oder großartige Ereignisse? Es gibt natürlich die Theorie zu sagen, ja, sie ertragen das eigentlich nicht und müssen Abstand dazu gewinnen und deswegen schieben sie eine Linse vors Auge. Man könnte aber auch sagen, nein, gerade dadurch, durch diesen Blick, durch die Linse intensivieren sie ihre Erfahrung. So kann ja der Blick aus einem Fenster viel intensiver sein, als wenn man einfach draußen vor dem Haus steht und direkt in der Natur ist. Das gilt auch für den Sex. Sollte man also die Redux-Fassung bevorzugen? Diese Frage stellt sich hier nochmal ganz besonders. Unbedingt. Denn eine Szene ist doch hochinteressant. Nämlich die Playmates kommen in der längeren Fassung noch einmal wieder und sie sollen Sex mit Willard und seiner Crew haben. Und dann geschieht etwas ganz Eigenartiges. Eigentlich das Motiv, das wir aus Hitchcocks Vertigo kennen. Nämlich diese Playmates sehen dann gar nicht so aus wie im Playboy, sondern sind etwas derangiert, haben ihre Perücken nicht auf und so. Und bevor die Männer mit den Frauen schlafen können, konstruieren sie sie erst wieder so, wie sie sie von den Playboy-Fotos kennen. Erst wenn die Illusion wieder perfekt ist, dann sind die Frauen auch attraktiv für sie. Das medial vermittelte Bild ist stärker als die profane Wirklichkeit. Wenn Coppola sagte, my film is not about Vietnam, it is Vietnam, stimmt das. Aber nicht, weil das alles so unglaublich authentisch ist und weil die Dreharbeiten so eine ungeheure Tortur waren, sondern weil die Fiktion wirklicher als die Wirklichkeit ist. Der Film ist eine Schule des Sehens und nicht die Wirklichkeit. In der schauen wir nur, aber sehen nicht. Das ist ein schweres Wochenende, der Weggrotungen, tahun 30 ayendet und die Wasserinnen, die wir sho auf die Schmerzen von beheiltі, das letzte Zeit für das Einzelkünseidig man einst. Vielen Dank.